Heyo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben ja im letzten Part diesen Hügel hier erklummen und haben uns Zugang quasi zum Turm gewählt, den wir jetzt, den wir jetzt erklimmen werden, den Ranel-Turm, ja. Ich bin schon sehr gespannt, ich liebe ja die Aussichten wirklich sehr von manchen Positionen her, wirklich sehr schön, ja. Auch mit toller Grafik, Nintendo ein großes Lob an euch. Ihr habt aus diesem Spiel wirklich etwas Sensationelles gemacht. Nein! Wow. Ja, weil mir das jetzt noch öfters passiert, dann muss ich das wohl rausschneiden lassen. Ja, das schneiden wir raus, bis ich oben angelangt bin. Freunde, wir müssen uns unbedingt mehr Ausdauer holen. Das ist wichtig, ja. Ich bin auch schon auf die Titanen echt mega gespannt, es sind ja insgesamt vier Stück. Ich habe, ich glaube es jetzt dann drei Regionen freigeschaltet, jetzt mal schauen, also wirklich sehr schöne Aussicht. Hier oder auf verschiedene Gebiete. Was machst du denn hier? Oh, 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 du hast mich erschreckt. Verzeih mir, bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Ritt von Volk der Soras. Du scheinst mir ein Reisender zu sein, bitte sag mir, was du hier oben machst. Was machst du hier? Oh, scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Heilianer zu finden. Ich habe hier mittags scharf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm geweckte. Alles webte und ich war auf einmal hier oben. Ah, okay. Ich war natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich doch nur der Prinz bemerken würde, er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Aber warte mal, du bist doch ein Heilianer. Hurra, ich habe ihn eigentlich gefunden. Was für ein Glück. Prinz Sidon, ich habe einen. Hier ist ein Heilianer. Hmm, Prinz Sidon scheint mich wirklich nicht zu hören zu können. Pfeffer ist das Einfachste, wenn du von hier aus in den Fluss springen würdest, dann kämen wir zu Prinzen. Nein, 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 das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinzidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Heilianer, meine Wenigkeit würde noch eine Weile brauchen, um zu Prinzidon zu gelangen. Lass mich einfach hier zurück und gehe schon einmal vor. Ja, moin, okay. Gut, du Feigling. Ich hole mir aber jetzt zuerst die Karte dieses Gebietes und ich werde dann noch die Eintel. Schicker Stein erkannt, Turm wird aktiviert. Äh, diesen Einten gelben Punkt. Und natürlich noch den Schrein lösen. Da hat die Übertragung beginnt. Gebiet erhalten. Gebiet erhalten. Ah, oh. Wow. So, jetzt habe ich das Gebiet erhalten. Ähm, die markierte Stelle war da unten. Also, let's go. Oh, oh. 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 Eier. Eier ist eine Höhle. Ich klaude ihm seine Sachen. Wo ist der Fels? Irgendwo. Oh, lol, der hat hier mega viele Höhle, what the fuck. Ah, Leuchtsteine. Irgendwie, ich sammle einfach das Zeug mal ein. Junge, was hat er gemacht? Ach, die Architektur, Architekturbau, äh, Hochbau, äh. Oh, cool, fünf Pumpenpfeile, äh, kann man nicht mehr brauchen, ne? Ich hatte hier nirgends einen, äh, Stein, oder so, eine Truhe. Moin. Ja, geil, äh, hier kann man ja noch ganz viele, habe ich die übersehen. Lol, die habe ich übersehen, fuck. Und wo ist der Stein? Gibt es überhaupt einen Stein? Ist das überhaupt ein Krog? Hier ist ein scheiß fucking Loch. Wo ist der scheiß fucking Stein? Ich markiere es mir als mal, als Krog, ja. Werde mich jetzt nochmal auf den Turm teleportieren und dann von dort aus wegfliegen. Zum Schreien, den wir gesehen haben. So, wir sind wieder beim Herr Falkling. Hohoho, hey, lebe wohl. Wuiiii. 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 Ich komme hier, klein nigger, doodie. Ah! Oh, fuck. Das ist so ein Grund. so kurz und schmerzlos so macht man es oder ihr kennt ein wächter schild okay und ich habe mal wieder scheiße keinen plan wir sind gegen alles gerüstet freunde geil neun bogen jawohl unser viertes zeichen der bewährung hey du da hier bin ich hier ja du bist ein hülianer oder kaum zu glauben endlich habe ich einen gefunden oh ich dachte ich finde nie einen hülianer oh verzeihung ich bin jeder prinz der so was wie heißt du bitte sagen mir einen namen mein name ist link link als ein guter name ich habe schon mal irgendwo gehört egal ein guter name lass mich mal sehen wie du dich bewegst diese körpersparen du bist etwas besonderes viel ist klar link du bist stark oder sami dass du stark ein starker leon ergebnis ich bin ich wusste es aber ich bin ja auch der prinz der so was da kann man erwarten dass ich ein auge für sowas habe ahja gut spitze ich habe nach einem wie dir gesucht link nach einem mann einer der auge der stärke ausstrahlt hör mich an meine heimat das dorf der so was ist in gefahr der titan des wassers war router lässt tag ein tag aus unaufhörlicher regel regen blut auf und daher ab verlassen ich brauche dich im dorf der so was willst du uns helfen so klar oh wirklich danke link ich sehe ich habe dich richtig eingeschätzt das dorf der so was ist so gut wie gerett bitte beeil dich der ruhigen hat die klippen hier nass und rutschig gemacht da kann man nicht klettern aber wenn du diesen weg folgst kommst du zum dorf werden ein jahren ist der weg sicher nicht einfach schließlich kannst du nicht wie im flusswärts aufschwimmen aber hier gibt es monster die mit elektrizität angreifen da steht dir harte kämpfe bevor nicht verzagen mein freund oder war ja noch was ich musste noch was geben ein kleines geschenk von mir ich drück dir die flossen diese medizin hört einen widerstand gegen elektrizität diese medizin ist wohl für hallianer gedacht jedenfalls bringt sie uns so nicht viel ein ziemlicher fehlkauf jawohl da hast du so ziemlich recht aber dir müsste sie helfen ich gehe ich gehe schon mal vor und stehe sicher dass du auf dem weg keine allzu großen überraschungen erwartest ich verlasse mich auf dich mein freund so dass das gewesen sein und neues hauptziel das dorf der so was es hat mich gefreut ich werde jetzt im park beenden wir werden erst nächste folge ins dorf der so was gelb versuchen zu gelangen über die indigo brücke und das war es von diesem part wenn ich nicht mehr verpassen wollen lassen aber da und die glocke aktivieren ja wirklich aktivieren sonst bekommt ihn damit keine meldung dass wir ein neues video hochladen und wenn es euch gefallen hat lassen like da und ciao